Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Let's Play Transport Fever. Wie ihr hier unten seht, haben wir, oder hier kann man es besser erkennen, eine Milliarde, 20 Millionen, 23 Millionen und schon wieder 900.000, also es geht hier streng voran. Genau, das ist unser Logo. Finanzen. Ja, ist schon gut, gut vorangeschritten hier und wir haben einen Erfolg erzielt und zwar genau zwei Sekunden später, wo ich die Aufnahme gestoppt habe. Natürlich sehr ärgerlich, aber wir können den ja hier auch mal nachgucken und zwar war das Blatt. Blablabla. Ja, werde Milliardär ohne Schulden. Das haben wir sozusagen erworben. Gut, dass man das hier nachgucken kann. Finde ich eine super Funktion. So, wir hatten Stahl. Der Stahl geht hier raus und geht dort noch. Das müssen wir aber, glaube ich, in einmal machen, weil wir brauchen, glaube ich, eine Brücke. Eine Brücke. Und der Kunststoff geht gleich mit. Kunststoff war, glaube ich, da dran. Genau. Müssen wir so machen. Anders geht das nicht. So, haben wir das alles schon mal. Zack. Müssen wir das noch hier verbinden. So, haben wir das hier verbunden. Das müsste eigentlich alles verbunden sein. Dann tun wir erstmal die Linien machen. Die Linien. Zack. Neue Linien. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch mal mal sechs Linien. Zumachen. Zumachen. Hier hin verschieben. Dort, wo wir die jetzt nicht brauchen. Machen wir Linie eins. Haltestelle hinzufügen. Das ist der Kohlezug. Und da geht's so. Und wir nehmen das mal Güternetzwerk. Also GNW. Güternetzwerk. GNW. Weil es das zweite ist, was wir auf der Karte schon machen. Nennen wir das mal zwei. Und zwar ist das Kohle. Erstmal Zug. Zug. 35. Lass mich jetzt nicht lügen. Zug 35. Müsste das sein. Zug 35. Güternetzwerk. Zwei. Minus Kohle. So. Machen wir hier unten weiter. Healtestelle hinzufügen. Wird das hier nicht eingeblendet, was das ist. Nehmen wir das. Muss dahin. Sozusagen. Der Kunststoff. Zug. Ne. Zurück. Zug. Oh. Zug. 36. Güternetzwerk. 2. Minus. Kunst. Stoff. 5. Der dritte. Sagen wir mal von da nach da. Okay. Machen wir so. Das ist der Zug. 37. Güternetzwerk. 2. Minus. Schlacke. Schlacke. 1. 1. So. Das. Geht von hier. Nach da. Ist der Zug. 38. Güternetzwerk. 2. Minus. 2. 2. Die Linie. Ist von hier. Nach da. Ist auch. Zug. 39. Und ist auch das Güternetzwerk. 2. Und zwar ist das. 2. Die. ETC. 1202. Die Lebensdauer. Reichstelle. Ersetzt werden. Ok. Kümmern wir uns gleich drum. Schlacke. 2. Und die Linie. 5. Stahl. Haben wir schon gebracht. Das haben wir auch schon hier. Brauchen wir dasselbe nur noch hier. 1. Mal drehen. Und zwar. Ist das dann hier. Halte ich dann. Zufügen. Hier. Nach da. Und das ist. Lkw. 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 Alles klar. Güternetzwerk. 2. Eisen. Haben wir die erstmal. Kohle. Kunststoff. Schlacke. Schlacke. 2. 2. 2. 1. Eisen. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Abnehmer. Dass das auch funktioniert. Und zwar würde ich da vorschlagen. Weil hier ist ja noch. Vor allem die Bausteine. Die brauchen wir ja auch noch einen Abnehmer. Die brauchen wir auch noch einen Abnehmer. Ich tue mir erstmal einen Güterbahnhof hinpflanzen. Würde ich sagen. Zack. Auf der anderen Enderstadt. Schön. Okay. Machen wir hier einen Güterbahnhof hin. Machen wir mal hier. 8. 320. Ne machen wir nicht. Machen wir mal 6.320. Setzen wir mal hier hin. Setzen wir mal so hin. So. Dann können wir dann von hier sagen. Wir nehmen so eine große Lkw-Station. Und sagen dann wir nehmen eine kleine Lkw-Station. Und räumen das dahin. Und sagen wir nehmen eine kleine Lkw-Station. Und räumen das dahin. Und noch eine kleine Lkw-Station. Die sagt mir räumen das hier hin. Zack. Dann machen wir nochmal 3 neue Linien. Erstmal dafür. 1, 2, 3. Eigentlich völlig egal was die für eine Farbe haben. Die fahren eh nur von A nach B. Und zwar halte ich den hinzufügen. Zack. Zack. Halte ich den hinzufügen. Zack. Zack. Halte ich den hinzufügen. Zack. Zack. Und zwar ist das. Lkw. Lkw. Reichen. Schwanz. 1. Das können wir eigentlich mal kopieren. Lkw. Steuern A. Geht das nicht? Geht nicht. Schade. Lkw. Reichen. Schwanz. 2. Und Lkw. Reichen. Schwanz. 3. So. Jetzt müssen wir nur noch eine Linie errichten. Eieieiei. Ich habe gerade einen großen Fehler entdeckt. Ich merke gerade, dass das hier nur ein Weizen zu Brotending ist. Und das braucht Weizen. Und da brauche ich ja erstmal eine Weizenfeld. Feld. Hälte Ausschau nach einem Feld. Da ist ein Feld. Und da hängt auch ziemlich viel dran. Das heißt. Wir brauchen doch die Ölquelle. Die ist näher dran. Wo ist die? Da. Da. Und da rüber. Okay. Machen wir das doch mal. Holla die Weibfee. Es wird doch schwieriger als erwartet. Aber das seht ihr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. cz